Hallo zusammen, hier ist wieder Ratschela und heute bin ich wieder für euch in Battle for Esser schon unterwegs. Und zwar wollte ich heute wieder so ein kleines Opening Video aufnehmen. Heute geht es nämlich mal wieder um ein paar Paragon Kisten und zwar diesmal nur in Anführungszeichen um vier Stück. Denn ich möchte die ganz gern noch vor Patch 8.2 aufmachen, um ja, wenn ich Glück habe, diese Paragon Kisten Geschichte endlich abschließen zu können. Denn mir fehlen ja nur noch zwei Toys aus den Paragon Kisten. Und zwar hatte ich das ja schon das eine oder andere Mal gezeigt. Ich brauche quasi nur noch hier das von der Expeditionen, also Talanji Expeditionen so rum und dann einmal von der Prachtmeer Admiralität. Das sind die beiden, die ich noch brauche. Und davon habe ich auch jeweils eine Kiste und zusätzlich nochmal eine von der Eidgebundenen bzw. von der 7. Legion für so ein bisschen extra Gold und Kriegsressourcen, Dienstmedaillen. Da sind die ja immer ganz dankbar. Solltet ihr auch noch Kisten haben, könntet ihr die vor 8.2 aufmachen, weil ihr dementsprechend eh nicht die Azerid Macht bekommt. Denn Blizzard hat mit dem Patch das jetzt ein bisschen verschoben. Und zwar bekommt man das Azerid nicht mehr über die Kiste, sondern direkt, wenn man die Quest abgibt. Heißt, habt ihr die Quest schon abgegeben, dann könnt ihr die Kisten auch jetzt aufmachen und braucht die nicht noch irgendwie sparen. So, als nächstes machen wir dann mal die von der Talanji Expedition auf und hoffen, dass wir einen Toy kriegen. Leider wieder nicht. Das war jetzt der 9. Versuch mit dem Char bei der Talanji Expedition, zumindest seit ich Rarity hier drauf habe. Und ich hoffe, dass ich jetzt zumindest mit dem Allianz Char was bekomme. Und zwar habe ich da auch einmal eine 7. Legion, die mir halt die Dienstmedaillen bringt, aber sonst jetzt nicht viel weiteres. Und dann habe ich noch Prachtmer Admiralität und jetzt drückt mir die Daumen. Wieder nicht. Das war anscheinend der 7. Versuch mit dem Char. Ich habe einfach kein Glück bei sowas. Heißt, ich kann jetzt dann noch ein bisschen länger hier U-farmen, auch im Patch 8.2. Das hätte ich mir ganz gerne gespart, aber gut. Bleibt nicht aus. Ihr könnt mir ja gerne in den Kommentaren schreiben, ob ihr auch immer noch dran seid an den Paragon-Kisten, an diesen Toys. Oder ob ihr dann ein bisschen mehr Glück hattet als ich. Würde mich freuen. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.